La 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 Es war ein Hafen von Shanghai bei Nacht, ich war da auf Wache gezogen Als ich im Mondschein ein Schattenriss sah, dann war es schon wieder geflogen Hatte keine Lust danach vom Meer zu sein, ich war hinterher dann ganz allein Der blinde Passagier auf frischem Tat erschabt, der sagte, tut mir leid, was hätte es geklappt? Dann kam der Kapitän und hat nach ihm gesehen, der sagte, wenn er will, dann darf er mit uns gehen. Den nächsten Morgen den Landgang herauf, kamen Beamte mit Hunden, suchten zuerst in den Schiffsraum herum, haben ihn da nicht gefunden. Es war nicht umsonst, dass er um Hilfe war, Stolzheim, das ist doch kein Attentat. Der blinde Passagier auf frischer Tat ertacht, der sagte, tut mir leid, was hätte es geklappt? Dann kam der Kapitän und hat nach ihm gesehen, der sagte, wenn er will, dann darf er mit uns gehen. Es war am Hafen von Shanghai bei Nacht, ich war da auf Wache gezogen. Als ich im Mondschein ein Schattenriss sah, dann war es schon wieder geflogen. Der blinde Passagier auf frischer Tat ertacht, der sagte, tut mir leid, was hätte es geklappt? Dann kam der Kapitän und hat nach ihm gesehen, der sagte, wenn er will, dann darf er mit uns gehen.